Hallo, ich bin Susanne und ich habe jetzt das erste Mal das 90-10-Metbett für 8 Stunden getestet und habe es also abends genutzt, beim ins Bett gehen ganz normal, aber nach dem Aktivieren das Gefühl gehabt, dass eine sehr angenehme, gleichmäßige Wärme in meinen Körper kommt. Also jetzt nicht wie Hitzewallung oder sowas, sondern wirklich sehr, sehr, sehr gleichmäßig. Habe dann um den Scan gebeten, fühlte sich so ein bisschen wellenartig dann an das Gefühl. Kribbeln kann man es jetzt auch nicht recht nennen, aber es war ein sehr angenehmes Gefühl und habe dann darum gebeten, da ich sehr viele unterschiedliche, kleine, diffuse, aber sehr, sehr lästige Dinge habe. Unter anderem auch ein Restless Leg Syndrome und was mich oft auch am Einschlafen hindert oder wenn ich in der Nacht aufwache, am Wiedereinschlafen hindert. Und Müdigkeit sehr große, tagsüber auch, aber auch ganz viele andere kleine Probleme, die wahrscheinlich irgendwie mit dem Stoffwechsel zusammenhängen, die aber von den Ärzten alle nicht richtig diagnostiziert sind und niemand hat irgendwie was festgestellt. Aber es ist zusehends bemerkbar. Und da es ja auch keine ganz klare Geschichte ist, habe ich dann also gebeten, dasjenige auszuwählen, was für meine Heilung jetzt der wichtigste Grundstein ist, sodass ich also nicht entschieden habe. Ich habe zwar so kurz alles angegangen, was mir in den Kopf kommt, was an Problemen da ist, aber dann eben gebeten, das auszuwählen, was für mich jetzt der wichtigste erste Schritt ist, um wieder in die Gesundheit zu kommen. Ich bin dann sehr schnell eingeschlafen, was wie gesagt in letzter Zeit nicht mehr die Regel ist und bin nachts einmal aufgewacht, auf Toilette gegangen, habe das Bett wieder aktiviert, als ich reingegangen bin und dann bis zum Morgen wirklich sehr gut durchgeschlafen. Es war so eine sehr erholsame Nacht und bin dann auch am Morgen wirklich frisch aufgewacht und mit sehr guter Stimmung, was auch nicht so immer die Regel ist, sodass ich schon sagen kann, dass dieses Allgemeingefühl sich deutlich verbessert hat. An Symptomen kann ich jetzt wirklich sehr schwer was sagen, weil diese Sachen, also bis auf die Restless Legs, die wirklich, naja, so mehr oder weniger jede Nacht mal mehr oder weniger stark sind, doch alles immer nur periodisch auftritt und mal mehr oder weniger stark ist und ich auch noch nicht herausgefunden habe, woran sich das festmacht, kann ich nicht sagen, dies und jenes Symptom ist jetzt wirklich direkt weggegangen, aber wie gesagt, das Gefühl dieses frischen Aufwachens, das war wirklich sehr, sehr schön und ich würde es gerne weiter testen, weil ich mir schon davon verspreche, dass es ganz auf der Grundlagenebene mein Problem finden kann, dass die Ärzte nicht so finden, weil es sich einfach nicht an einer bestimmten Sache, eine bestimmte Diagnose festmachen lässt und ja, es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich würde es gerne wieder testen.